Den Bundeskanzler kann man ja bekanntlich in Deutschland nicht direkt wählen. Aber nichtsdestotrotz hat man ja durch die Stimmeabgabe bei der Bundestagswahl indirekt einen Einfluss darauf, wer am Ende ins Kanzleramt einzieht. Und so verwundert es vielleicht auch nicht, dass so manches Meinungsforschungsinstitut die Frage stellt, wen würden sie direkt zum Kanzler wählen. Das Meinungsforschungsinstitut Forza macht das sogar wöchentlich. Und so können wir uns einfach auch einmal anschauen, wie denn aktuelle Stimmungslage in Deutschland ist. Wen würden denn die Deutschen direkt zum Kanzler wählen? Die Datengrundlage für dieses Video stammt also vom Meinungsforschungsinstitut Forza. Und der Stand der Dinge ist vom vergangenen Montag, also dem 12. Dezember. Und wir werden jetzt gleich Werte sehen für Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Annalena Baerbock. Ja, fangen wir mal mit dieser Grafik an. Hier sehen wir zunächst einmal Werte für Scholz und für Merz. Wir sehen Werte vom 23. November des vergangenen Jahres bis zum 6. Dezember diesen Jahres. Und was sehr auffällig ist, ist dieser doch sehr krasse Knick hier in der Kurve von Olaf Scholz. Da ist ja irgendetwas passiert. Und an dieser Stelle sei gesagt, ab Juli, August gibt es eben zwei verschiedene Kurvenverläufe, sowohl für Scholz als auch für Merz. Und das hat den folgenden Grund. Dieser Knick erklärt sich nämlich dadurch, hier seht ihr übrigens, wie es ohne Knick aussieht. Dazu dann gleich nochmal was. Dieser Knick erklärt sich dadurch, dass Robert Habeck als Antwortoption hier hinzugefügt worden ist. Und es gibt bei Forsa seit diesem Moment, seitdem Robert Habeck eingeführt worden ist, keine Ergebnisse mehr, nur für das Duell zwischen Scholz und Habeck. Und deswegen konnte ich diese Kurve jetzt nicht irgendwie geschmeidiger euch fortführen lassen, also euch fortgeführt zeigen, sondern ich muss jetzt den Robert Habeck hier mit einfügen. Und die Schwierigkeit an der ganzen Sache ist, nicht Robert Habeck einzufügen, sondern es gibt dann eben kurz darauf auch noch Ergebnisse von Forsa mit Annalena Baerbock anstelle von Robert Habeck. Und deswegen gibt es hier immer zwei Kurvenverläufe. Das heißt, was wir zunächst einmal machen ist, wir gucken uns, ich komme darauf auch nochmal gleich zu sprechen, wir gucken uns nur den Kurvenverlauf erstmal von Scholz und Merz an. Und dann gucken wir uns an, was passiert, wenn Habeck dazugefügt wird. Und wir gucken mal, was passiert, wenn man Baerbock dazufügt. Das ist also jetzt quasi das Vorgehen in diesem Video. Ich möchte euch an dieser Stelle aber noch etwas anderes zeigen. Robert Habeck hat zunächst einmal profitiert von Olaf Scholz. Also Olaf Scholz hat ja deutlich verloren, plötzlich im Juli. Da sind viele zu Robert Habeck übergegangen. Und auch die Kurve für Keiner-Weiß-Nicht ist deutlich nach unten gegangen. Da sind also viele zu Robert Habeck übergegangen. Aber der Unterschied zwischen der Kurve von Olaf Scholz und der von Keiner-Weiß-Nicht-Kurve nach ein paar Wochen wieder das Niveau hatte, wie vor der Einführung von Robert Habeck als Antwortoption. Während eben die Kurve von Olaf Scholz sich nicht mehr erholt hat von diesem Einbruch und seitdem eben auch nicht mehr die 30-Prozent-Marke überschritten hat und in der Regel jetzt nur noch zwischen 20 und 25 Prozent liegt. Aber wir gucken uns gleich mal an, wie das hier in dem Trial aussieht. Schauen wir erstmal nur auf das Duell zwischen Scholz und Merz. Und da sehen wir, solange es eben nur Ergebnisse für Scholz gegen Merz gab, lag der amtierende Bundeskanzler klar vorne. Zunächst bei 45 bis 50 Prozent, ganz am Anfang sogar einmal bei über 50 Prozent und danach bei so 40 bis 45 Prozent mit ein paar Ausnahmen. Aber was man sehen kann ist, Olaf Scholz hatte immer klar die Nase vorne und auch beim letzten Ergebnis vor dem Einbruch seiner Kurve war es so, dass er mehr als doppelt so viele Stimmen bekommen hat als Friedrich Merz. Also in dem Duell wäre Merz eigentlich chancenlos gewesen. Merz lag da bei 15 bis 20 Prozent, manchmal auch ein bisschen über 20 Prozent, aber weit unterhalb des Ergebnisses von Olaf Scholz. So, mit dem Hinzufügen von Robert Habeck hat sich die ganze Situation verändert. Wir sehen ja erstmal die Kurve von Robert Habeck nicht. Wir schauen nun mal weiter auf Scholz gegen Merz in diesem Trial. Ja, Scholz ist jetzt nämlich nicht mehr so klar vorne gewesen vor Merz und lag einmal sogar gleich auf mit Friedrich Merz und auch jetzt ganz aktuell am 6. Dezember war es so, also bei Schein des Videos wird es sicherlich noch ein neueres Ergebnis geben, aber beim letzten Ergebnis zum Zeitpunkt der Videoaufnahme war es so, dass Scholz auch nur knapp vor Merz lag. Und was ist mit der Kurve von Robert Habeck? Wo liegt die da? Die liegt seit Wochen gleich auf mit Friedrich Merz. Die teilen sich den zweiten Rang und aktuell würde es also ein Direktball des Bundeskanzlers geben, muss man sagen, wäre nicht ganz so klar, wer das Rennen machen würde. Laut Forza hat Olaf Scholz einen kleinen Vorsprung, aber er ist nicht wirklich groß auf eben Merz und Habeck, die knapp dahinter eben auf Rang 2 lauern. Die Kurve von Habeck übrigens ist nicht uninteressant. Sie beginnt ja ziemlich stark bei über 30%, geht dann relativ fix innerhalb von ein paar Wochen auf 25% runter und dann gibt es hier im, naja, das müsste dann schon September sein, diesen Knick nach unten, diesen deutlichen Knick nach unten. Und der ist eben nicht wie bei Scholz eben aufgetreten, weil da irgendeine weitere Antwortoption hinzugefügt worden ist, sondern weil Habeck und die Grünen in der Gunst der Wählerinnen und Wähler deutlich eingebrochen sind. Das kann ich euch gleich dann auch nochmal in einer anderen Darstellung zeigen. Wie sieht das Ganze eigentlich aus, weil man jetzt statt Habeck Baerbock in das Triell aufnimmt? Scholz gegen Baerbock gegen Merz. Da sieht es dann so aus, dass aktuell auch Scholz vorne liegt und Merz und Baerbock sich Rang 2 teilen. Allerdings sind die Werte für alle drei hier besser als eben in dem Triell Scholz gegen Habeck gegen Merz. Das kann man ja ganz gut sehen hier beim Vor- und Zurückgehen. So, was man auch sehen kann, ist, dass die Werte für Baerbock anfangs nicht so stark waren wie die von Habeck. Habeck lag ja bei über 30 Prozent. Baerbock beim ersten Mal nur so irgendwo bei, das könnten 22 Prozent sein. Dann geht die Kurve etwas nach oben, dann lag sie immer einmal alleine auf Rang 1, dann geteilt auf Rang 1 und dann ist sie auf Rang 3 runtergefallen. Ihr Einbruch ist allerdings nicht so stark gewesen wie der von Robert Habeck eben. Und ja, seit Wochen kann man auch hier sehen, Merz und Baerbock teilen sich den zweiten Rang. Ja, und gerade diese beiden Kurven der Grünen haben mich dann doch dazu gereist, noch mal ein bisschen genauer drauf zu schauen. Und zwar zunächst einmal auf einen Vergleich zwischen Habeck und Baerbock. Und da fällt auf, also Habeck hat natürlich sehr stark begonnen, lag dann auch, als es auch Werte für Baerbock gab, vor Baerbock. Aber dann kommt eben dieser Einbruch hier im September und da ist Habeck hinter Baerbock gefallen. Und seitdem liegen die Werte von Habeck tatsächlich auch unterhalb der Werte von Baerbock. Also sollten die Grünen sich aktuell für den Kanzlerkandidaten entscheiden, dann wäre es laut Forsa ein bisschen klüger eben auf Baerbock zu setzen, also erneut auf Baerbock zu setzen, als auf Habeck. Und ich habe ja gesagt, Habecks Einbruch und der Einbruch der Grünen insgesamt liegen in dem gleichen Zeitraum. Das kann man nämlich hier sehen. Habecks Kurve hier wieder in hell. Und die gestrichelte Linie zeigt das Ergebnis der Sonntagsfrage bei Forsa an für die Grünen. Und da sehen wir, die Grünen brechen ein, Habeck bricht ein. Und dann ist es so, dass Habeck sehr lange dann hinter dem Wert der Grünen bleibt. Und ja, auch aktuell ist zwischen dem Grünen-Wert und dem Habeck-Wert ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist tatsächlich. Und einige Zeit lang geht dann auch gleich auf. So, das ist bei Annalena Baerbock ein bisschen anders. Sie liegt in den letzten Wochen dann doch immer oberhalb des Wertes von den Grünen bei der Sonntagsfrage. Aber das jetzt nur mal als kleiner Exkurs. Das eigentliche Thema des Videos war es ja, wen würden die Deutschen eben direkt zum Kanzler wählen. Im Triel Scholz gegen Habeck gegen Merz ist es ein enges Rennen mit leichten Vorteilen für den amtierenden Kanzler. Und im Triel Scholz gegen Werbung gegen Merz ist es auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ein ziemlich enges Rennen zumindest. Aber auch hier mit Vorteilen für den amtierenden Kanzler. Ja, und jetzt seid ihr dran. Ihr könnt nämlich gerne mal kommentieren, wen ihr von den jeweiligen Kandidaten direkt zum Kanzler wählen würdet, beziehungsweise wen ihr dann zum Kanzler wählen würdet. Das soll es an dieser Stelle von meiner Seite aus gewesen sein. Und so setze ich zum Abschluss dieses Videos einen Punkt.